Das kommende Album von Kanonenfieber trägt den Titel Die Urkatastrophe. Das Album erscheint voraussichtlich am 20. September über das Label Century Media Records. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.